Die Firma 9FF Fahrzeugtechnik in Dortmund stellt sich der Herausforderung, einem Serien-Porsche noch mehr Leistung, Sportlichkeit und Individualität zu geben. In der Produktionshalle entstehen in Handarbeit echte Männermobile mit bis zum Teil über 1000 PS und Endgeschwindigkeiten weit über 300 kmh. Also wirklich vernünftig ist es nicht, aber es macht eben Spaß. Ja, und irgendwo ran müssen wir uns messen und deshalb ist es bei uns eben die Beschleunigung und die Höchstgeschwindigkeit. Porsche baut puristische Sportwagen. 9FF liefert autovernahten Kunden sattes Tuning für die Lieblingsspielzeuge. So wie diesen goldenen 997 des Bürgermeisters von Kiew. Das ist wieder einer von den Kunden, die sich ungern überholen lassen. Ja, der ist schon vom Naturell her so, der muss der Schnellste sein, also muss es auch der stärkste Motor sein, den wir haben. Naja, und stärkster Motor bedeutet immer viele Anfertigungen, viele Sonderteile. Ein Fahrzeug hat knapp 1000 PS. Ist optisch relativ wenig verändert, also quasi der Wolf im Schafspelz. Optimal für die Leistungssteigerung Turboaggregate aus Zuffenhausen. Tja, der Turbolader ist natürlich fürs Tuning von unserer Seite aus das wichtigste Detail überhaupt. Und hier haben wir mal einen kleinen Größenvergleich. Einmal ein großer Lader mit Kugellagerung, der sehr, sehr leicht und lange läuft. Im Paar gut für etwa 1200 PS. Geringes Losbrechmoment und deshalb super Ansprechverhalten. Im Vergleich dazu der deutlich kleinere, gleitgelagerte Lader im Paar gut für 700 PS, der nur ganz kurz nachläuft. Der entspricht im Prinzip einem Serienlader. Wir erreichen trotz des großen Turboladers mit dem das gleiche Ansprechverhalten und das gleiche kleine Turboloch wie mit dem normalen Turbolader. Und das ist eigentlich der große Vorteil an den Kugelgeladerten. Viel Leistung und schnelles Ansprechverhalten. Die Geschwindigkeit ist eins der Maße, mit dem man eben auch wirklich demonstrieren kann, wie man technologisch dasteht. Also man kann mit vielen Sachen rumschummeln. Aber mit einer 409 oder 14 kmh, da kann keiner schummeln. Die sind einfach da, die werden gemessen. Und wenn ich weiß, ich kann das, dann weiß ich auch auf der anderen Seite, das Auto muss technologisch wirklich gut sein. Es muss viel Dampf haben, es muss haltbar und stabil sein. Also alles, was man sich eigentlich von einem Supersportwagen wünscht, muss so ein Auto können. Und naja, wir haben ja immer eine gewisse Beweislast den Kunden und auch den Mitbewerbern gegenüber. Und da ist die Höchstgeschwindigkeit für mich einfach das ideale Mittel. Und dazu trifft sich jährlich im süditalienischen Nadeau die PS-Elite. Die V-Max-Jagd auf dem anspruchsvollen Oval kennt für die Dortmunder PS-Junkies keine Grenzen. Die Physik schon. Die Strecke ist ja ein kompletter Kreis, ist also überhaupt keine Gerade. Es geht immer mit gewisser Schräglage, ich weiß gar nicht, wie viele Grate es exakt sind, immer im Kreis. Das heißt, man muss also immer lenken, man hat immer Querbeschleunigung im Auto. Und man kann sich vorstellen, wenn man mit 300 da durchfährt, dann hat man schon reichlich Fliehkräfte. Und viele Fahrer sagen schon, nee, das ist aber nicht mehr das Richtige für mich. Wenn man dann aber probiert, 400 zu fahren, da haben wir schon Messwerte vom TÜV, dass wir bei 375 0,84 G Querkraft haben. Und man weiß, bei einem G ist normalerweise die Haftungsgrenze, Abriss. Das heißt, man ist also im Prinzip 15 Prozent vor Abflug bei 375. 9FF liefert auch eigenständig entwickelte Komplettfahrzeuge. Hier entsteht der 9FF GT9 mit 1120 PS. Sein Preis? 695.000 Euro plus Mehrwertsteuer plus 300 Prozent Luxussteuer. Denn der Kunde kommt aus China. Man kann natürlich Supersportwagen bauen mit extremst Fahrleistung und allem. Aber gerade, dass sie dann auch noch zu bedienen sind durch einen Kunden in China, USA, Taiwan, der vorher noch nie schneller als 100 gefahren ist, muss ja irgendwie gegeben sein. Und das ist auch eine große Herausforderung auf Seiten Elektronik, Abstimmung, Sicherheitsbestimmungen und so weiter. Da machen wir uns mindestens so viele Gedanken drüber, wie das wir schneller kriegen. Nach dem Motto, mehr ist besser, erfüllen Jan Fathauer und seine 18 Mitarbeiter extreme PS-Wünsche für einen elitären Kundenkreis. Exklusive Sportwagen made im Ruhrgebiet.